Herztliche Grüße aus Chemnitz, hier wieder von der Brückenstraße. Heute ist der 9.10.2023. Ja, Regen heute hier in Chemnitz schon den ganzen Tag, aber das nützt alles nichts. Ja, sind trotzdem Leute zum Protestmarsch gekommen und das ist gut so, denke ich mal. Die Brückenstraße Jetzt weiter vom Chemnitzer und wenn der Zug durch ist, dann gehen wir wieder auf den Hauptkanal. So, jetzt war mir der Regensturm entglitten. Ja, jetzt war mir der Regensturm entglitten, aber ich habe ihn gleich wiedergefunden. Glücklicherweise, der Wind ist weggetragen. Ja, so sieht's aus. Heute hier in Chemnitz. Hallo. 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 Weisheit. Super. Also wie gesagt, das war der Zug und das werde ich jetzt gleich auf den Kemptitzer hochladen. Und dann geht es mit dem Hauptkanal weiter und ja, so sieht es aus hier in Chemnitz. Macht es schön gut und haltet zusammen, man sieht sich auf der Straße. Tschüss!